Ja, liebe Schülerinnen und liebe Schüler, für euch ist ab morgen die Schule geschlossen, das mag den einen oder anderen freuen, andere wissen aber auch, wie schwierig das ist, wenn man sich gerade auf das Abitur vorbereitet, wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet hat, das ist alles andere als lustig. Die Situation ist aber auch dramatisch. Meine Bitte an euch, nehmt diese Situation wirklich ernst. Das, was ihr gerne macht, euch treffen in Gruppen, gerne auch mal Küsschen links, Küsschen rechts, ist alles toll, ist alles super, aber bitte unterlasst es. Es ist kein Spaß, es ist eine hochgefährliche Krankheit. Wenn ihr nach Hause geht, selbst wenn ihr nur ganz schwache Symptome habt, selbst wenn ihr von dem Virus direkt betroffen wärt, würde das sich bei euch wahrscheinlich gar nicht so stark ausprägen, aber ihr geht zu euren Großeltern und das kann für die bedeuten, dass sie danach sofort in Intensivbetreuung müssen. Das kann für sie sogar noch dramatischere Folgen haben. Deswegen denkt bitte an euer soziales Umfeld. Ihr habt auch ein Riesennetzwerk. Unterlasst möglichst die Kontakte, nutzt mal eure Möglichkeiten, euch digital zu vernetzen, auch zur Abitursvorbereitung, zur Vorbereitung auf Prüfung. Lernt weiter über die Online-Medien, die euch zur Verfügung stellen. Das wäre jedenfalls meine große Bitte und ihr könntet damit ein tolles Vorbild sein, auch gerade für die ältere Generation, die manches Mal nicht ganz so besonnen reagiert, wie wir uns das wünschen. Wenn ich jetzt beispielsweise an das Wochenende denke, wo alle draußen in den Straßencafés auf engstem Raum zusammensitzen, das ist genau das, was nicht passieren darf, damit der Virus sich nicht so schnell bei uns verbreitet. Macht mit, wäre toll. Vielen Dank.